Hast du dich auf deinem Lebensweg verloren? Führen dich allgemeine Ratschläge nicht weiter? Das integrale Tiefencoaching und die Lebensmatrix, ein holistisches Typenmodell, sind wie ein Spiegel für dich. Du erkennst dich in deiner Entwicklung und kannst nächste Schritte planen. In einem Webinar, offenen Abend oder in einem persönlichen Vorgespräch können wir dich kennenlernen und gemeinsam Entwicklungsschritte planen auf dem Weg zu dir selbst.